hallo und herzlich willkommen im video training der firma riesen consulting mein name ist matthias riesen und ich begleite sie durch dieses autodesk fusion 360 video training heute schauen wir uns an wie wir hier dieses teil modellieren dass die zeichnung habe ich natürlich wieder in der video beschreibung verlinkt das heißt wie schon öfters empfohlen vielleicht erst einmal selber probieren und dann das video anschauen dann die wege vergleichen so kann man immer ein bisschen dieses technische auge ein bisschen trainieren ich habe die zeichnung ausgedruckt vor mir liegen und ich gehe es jetzt erst einmal durch wie ich das jetzt hier machen würde das heißt ich mag es jetzt wirklich komplett also auch mit der trennung und dann auch zu einer baugruppe das hinter zwei teile könnte natürlich auch multipart in die baugruppe mit übernehmen also mehrfachvolumen körper wäre für das ideal aber so kommen wir immer wieder aus zeigen im prinzip wie man es auch konvertieren kann ich werde hier beginnen mit dieser ansicht die werde ich zeichnen muss man das aufpassen hier mit übergängen und hier wird in 77 radius drinnen und dann austragen symmetrisch austragen hier muss man schon aufpassen weil die nuten sind unterschiedlich tief also ich zeichne hier diese ansicht trage symmetrisch aus dann werde ich hier die bohungen reinsetzen und das teil trennen und dann konvertieren diese einzelkörper zu interne komponenten weil diese internen komponenten werden ja auch immer von den körper gesteuert dann wünsche ich ihnen schon mal viel spaß in den nächsten minuten und wenn ihnen das video gefallen hat kommentieren daumen nach oben geben und teilen dann schon mal danke dafür und wenn man das nicht mitbekommen hat mit dem trainingshandbuch für fusion 360 ist auch der link in der video beschreibung auch da mal gerne in das leseverzeichnis schauen was da alles so dabei ist denke da ist für fast alle oder fast für jeden was dabei was interessantes und wie gesagt ich gehe direkt in meinen fusion rein beginne mit einer skizze und zeichne im prinzip hier schon mal diesen kreis das ist der große kreis mit dem durchmesser von 65 dann habe ich hier drüben noch mal einen kreis der ist 33 durchmesser die richtig hier schon mal aus das heißt von da noch da jetzt kann ich nämlich hier gleich diese linie überzeichnen wenn man da auf den kreis hingeht mit der linken maus drückt und die linke maus drückt hält dann richtet er sich hier gleich aus aber wenn ich dann darüber gefahre hier drüben zeigt ein schnittpunkt dann auf der linie zeigt der horizontal an wenn ich auslasse hier ist die linie gleich schwarz vollständig definiert das mache ich da unten auch hier dann kann ich mir nämlich die abhängigkeiten gleich schon automatisiert setzen lassen jetzt gehe ich gleich wieder hin und zeichne hier die nut am besten hier mit der mitte zum mittel langen loch richte es gleich wieder horizontal vertikal aus zu diesem ursprungspunkt und definiere die abmaße das heißt hier 9,9 dann haben wir von da zum mittelpunkt vorne die 35 laut zeichnung dann hier die 61 und 61 6 61,6 dann haben wir von der mitte hier zu da 57,4 sind wenn ich jetzt hier komisches maß aber manchmal gibt es ja aber meine kunden oder viele sind da immer darauf bedacht dass man jetzt nicht zu 57,4 sondern 57, 58 oder 57,5 hat in der konstruktion aber manchmal geht es nicht anders da vieles ergibt sich auch im prinzip aber da wenn man aufpassen kann immer auf solche sachen aufpassen dass man hier nicht solche maße rein bekommt dann haben wir hier das mache ich das spiegel ich dann genau ich mache da gleich das 8 hier weil es ist eine 16er gesamtmaße der abstand hier von der mitte zu hier ist 38,5 38,5 richtig mir gleich aus noch die linie das heißt hier zu da und jetzt zeichne ich einen bogen oder erst oben noch diese eine linie so und dann den bogen das mache ich über drei punkte und hier noch da aufpassen dass er hier eine tangential setzt das sind dass er da nicht so automatisch wie jetzt hier weil dann kann ich nämlich nicht diese maße bemaßen also nicht diesen radius 77 oder hat es 14,5 weil es ergibt sich dann aufpassen dass das tangential hier nicht automatisiert gesetzt wird und dann sage ich hier radius 77 und von dieser geraden linie zu dem endpunkt haben wir 14,5 und dann haben wir auf der seite ein maß von 77 das heißt von hier noch da 77 geteilt durch 2 weil ich hier spiegeln möchte und die linie geht hier rein direkt bis dahin das heißt da was getrennt wird da fängt der radius an und zieht sich dann hier so runter und da muss man aufpassen dass man hier diese gleichbleibende wandstärke hat und dann habe ich hier 77 maß und weil das dann da oben anfängt ist es natürlich auch der radius 77 geteilt durch 2 also im prinzip hier 77 durchmesser weil sonst hätte ich nämlich hier einen knick drin da hat man aber keinen knick deswegen geht es bis hierhin mit dem durchmesser von 77 und da unten habe ich ein radius 30 der tangential ausläuft das heißt diese maße ergeben sich das sind alle drin dass man meint hier fehlt irgendwie was das heißt ich gehe wieder rein in den bogen in dem fall könnte ich hier bogen weiter machen kann tangential bogen das heißt weil er geht nämlich da gleich tangential raus wie man sieht hier zack und dann könnte ich da gleich wieder tangential hier rüber gehen und dann muss ich hier unten weil ich habe ja hier schon tangential dort tangential hier noch tangential setzen dann habe ich diese drei tangential schon schön eingefügt und jetzt kann ich hier sagen das ist der radius 30 und da oben haben wir dieses 77 geteilt durch 2 also 38,5 und jetzt muss man schauen was haben wir wir haben hier diesen endpunkt noch nicht vertikal zu dem mittelpunkt und jetzt habe ich hier alles vollständig definiert es ist alles schwarz ich spiegelt gleich wieder meine geometrie nach unten das heißt hier spiegeln dass da das hier hier und da über da habe ich schon so eine mittellinie und spiegels runter soweit fertig die bohrungen mache ich kein bedingt das heißt wenn man sowas immer fertig mit ja dann sollte man immer schauen dass man das mit der bohrungs manager macht weil dann kann man sachen abgreifen oder auch mit bohrungs tabellen arbeitet dann werden diese bohrungen ja erkannt sind das hier ganz normale kreisdurchschnitte mit extrusion wird das zum beispiel auch in bohrungs tabellen nicht erkannt immer ein bisschen aufpassen dann habe ich hier die linie vergessen zum spiegeln muss ich mal rein zeichne ich jetzt einfach hier rein das kann ich nicht austragen weil sonst habe ich eine geöffnete geometrie wir haben das hier und der bereich und der bereich hier haben wir das kann ich raus lassen das kann ich raus lassen hier ich trage erst das innere aus das innere ist 20 und das äußere 22 hier das heißt das da das da haben wir 20 also symmetrisch austragen gesamtmaß von 20 ok aber das dann natürlich mitnehmen so dann die sichtbarkeit der skizze wieder rein und jetzt hier das da und das da auch wieder symmetrisch austragen ganz maus auf 22 ok dann extrusion diese nut mit gedrückter linker maustaste in dieser position von dem profil linke maustaste drücken und warten bis dieses fenster kommt dann kann ich selektieren und jetzt kann ich natürlich auch sagen dass die startebene vom objekt ist dieses diese objektfläche und dann möchten wir hier minus 2 reinschneiden und schon habe ich hier das raus geschnitten oben minus 2 obwohl die skizze in der mitte drin liegt das gleiche mache ich jetzt auf der anderen seite auch und sage hier wieder meine startebene ist das objekt in dem fall hier unten und unten haben wir fünf millimeter und schon habe ich jetzt hier auch mit dieser skizze diese sachen hier raus geschnitten und dann runde ich das ganze hier noch ab das heißt dass da dass da diese konnte dann die kannte die kannte und die kannte fünfer radius ok haben wir das hier auch jetzt kann ich hier noch gleich bohren das heißt hier bohren das ist ein durchmesser von 48 das heißt hier durch alles durch bohren normale bohrung 48 ok wenn ich mit gedrückter rechter maustaste nach oben ziehe kann man schnell den letzten befehl wiederholen und hier haben wir eine normale bohrung von 18 auch wieder hier durch alles durch und schon haben wir das hier auch so jetzt können wir die bohrungen rein setzen da da hat man hier diese gerade fläche wenn man die gerade fläche nicht hat braucht man eine ebene also dann müsste man hier mit ebene arbeiten in meinem fall habe ich aber jetzt eine gerade fläche deswegen hier einfach eine skizze drauf erstellen das mache ich einfach mit linie wo ich den bohrungsabstand jetzt definiere von 59 und das einfach hier über den mittelpunkt definiere dann ist die skizze auch schon wieder vollständig bestimmt und dann kann man da hingehen so und sage ich jetzt hier erst einmal durch alles dann zieht er mir das so durch durch beide körper dann sage ich hier eine zylinderische senkung der durchmesser oben ist 16 die bohrung hier ist 8 und die tiefe von der mitte aus 22,5 das heißt hier 22,5 ich habe von der fläche hier zu da 38,5 minus 22,5 ergibt von hier diese tiefe und das kann ich natürlich direkt hier in fusion eingeben das heißt 38,5 minus 22,5 und schon hat man hier jetzt die tiefe 38,5 minus 22,5 muss ich hier noch umkehren oder was hat er jetzt jetzt muss man schauen also hier hat er durch alles da hat er durchmesser 16 das ist hier diese tiefe und da haben wir 18 so muss ich das wegnehmen weil jetzt zeigt er hier nichts mehr an hat kein ok die bohrungen hat er gehen wir noch mehr raus sehe ich jetzt auf den ersten blick auch nicht aber dann bricht ich einfach ab und gehe einfach noch mal rein dann durch alles also ja gehen wir erst einmal das maus ein das ist 38,5 minus 22,5 so hat er das errechnet und es passt dann haben wir hier was haben wir vorher gehabt 16 und hier unten haben wir die 8 und jetzt sieht das hier gut aus was jetzt vorher gehabt haben weiß ich nicht noch mal skurril er schneidet es hier komplett durch und dann hat man hier schön diese sachen da auch rein gebohrt jetzt konnte das auftrennen weil es sind ja hier zwei hälften das heißt auf körperteilen zu teilen der körper ist das teilungswerkzeug nehme ich natürlich diese ebene her wo ich vorher diesen kreis gezeichnet habe weil dann brauche ich mir keine arbeitsebene setzen und jetzt haben wir hier zwei körper wo ich sorge das ist hier teil 1 und teil 1 und dass da ist es teil 2 und dass das jetzt komponenten werden und es in der körper eine sogenannte multipart konstruktion mehrfach volumen körper konstruktion ich kontrolliere mal noch schnell ob das ich irgendwie was vergessen habe aber er schaut jetzt nicht so aus auf im ersten blick so jetzt konvertiere ich das hier dass wir noch mal teil 2 da bin total hingeschrieben 32 und markieren und sagt hier komponenten aus körpern erstellen und schon ist es eine baugruppe und jetzt kann ich hier einfach nur sorgen zum beispiel verbinden wie modelliert dass das teil 1 hier mit dem ursprung der baugruppe in einer starren verbindung ist und jetzt kann ich hier noch die anderen teile sorgen verbinden wie modelliert die zwei star ok und jetzt ist es hier alles fix und auch zusammengesetzt und ich habe zwei komponenten und somit wieder fertig dann hoffe ich hoffe ich ihnen hat das video gefallen und bis zum nächsten mal ciao